Man sieht, dass im positiven Sinn hier Freiheitsparteien, ja, patriotische, demokratische Freiheitsparteien hier auch eine gute Zusammenarbeit leben, nach dem Motto Patrioten aller europäischen Länder vereinigt euch und arbeitet zusammen und das funktioniert, denn das wurde ja immer anders auch dargestellt und da haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder auch Unkenrufe gehört, naja, wie soll das funktionieren? Es funktioniert sehr, sehr gut. Faktum ist, dass wir unterschiedliche Parteien sind und natürlich da oder dort auch unterschiedliche Zugänge haben zu den einzelnen politischen Sektoren. Wir haben auch jeder ein Parteiprogramm und da sind durchaus auch inhaltliche Unterschiede vorhanden, aber es gibt natürlich Dinge, auf die wir uns verständigen und einigen und letztlich diese internationale Kooperation auf parlamentarischer Ebene und auch auf Parteienebene sicherstellen. Vielleicht ganz kurz und prägnant auch zusammenfassend, was sind das für inhaltliche Gemeinsamkeiten? Mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung, mehr Einfluss der nationalen Parlamente und damit auch eine Stärkung der gewählten nationalen parlamentarischen Volksvertreter. Wir sprechen uns für ein Modell eines Europas aus, dass ein Europa der Vaterländer sein soll, wie eben vom großen Europäer Charles de Gaulle auch es erdacht wurde. Und wir wollen die Dominanz auch der Konzerne auf die Europäische Unionspolitik zurückdrängen. Und natürlich ist uns besonders wichtig, dass wir als eine Allianz für Sicherheit, Wohlstand und Frieden uns einsetzen in Europa. Die Vielzahl der heutigen Teilnehmer aus ganz Europa zeigt, dass wir eben mittlerweile zu einer großen und stabilen Parteien- und Parlamentarierfamilie auf europäischer Ebene herangewachsen sind. Und das eben, wie gesagt, trotz aller Unkenrufe von politischen Mitbewerbern und auch diverser Medien, die behauptet haben, dass das nicht gelingen wird, dass wir da länderübergreifend zusammenarbeiten. Also da gibt es, wie gesagt, kein Problem.